Vorsicht, mein Lieber, wenn du in diese Falle gerätst, dann hältst du Frauen damit auf Abstand. Frauen wollen weniger mit dir zu tun haben. Du gerätst viel schneller in die Friendzone und es bringt noch einen ganzen Berg an weiteren Problemen mit sich. Die Gefühlsfalle heißt deswegen Gefühlsfalle, weil du glaubst, dass du eine bestimmte Sache tun musst. Aber das ist eigentlich komplett verkehrt. Die wenigsten Männer wissen, was das ist. Also, wie du nicht in diese Gefühlsfalle trittst, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zum Freundin-Finden-Podcast, deinem Podcast, um die Frauen zu erobern und zu behalten, wie du wirklich willst. Mit dabei unseren Experten für Selbstbewusstsein, Dominik van Aave. Yes, und zum Beginn des Jahres gehen wir direkt auf ein Thema ein, das viele Männer mit Herz mit sich herumschleppen, diesen Fehler immer wieder machen, in diese Falle immer wieder reintreten. Hört ihr die Folge auf jeden Fall bis zum Schluss an. Es wird dir das eine oder andere Auge öffnen. Genau. Mein Name ist Andy Friday. Lass uns loslegen. Wir haben uns ja gerade über Frank unterhalten. Und die Geschichte möchte ich euch ebenfalls mitteilen, weil die ist ziemlich heftig. Frank ist ein Teilnehmer bei uns in der Flirtmaster Class und der war sieben Jahre mit einer Frau verheiratet. Hatte ein kleines Mädchen, die ist sechs oder sieben Jahre alt. Und man, diese Frau hat sich komplett aus dem Leben der Kleinen zurückgezogen. Also die haben früher zusammen gewohnt, wohnen jetzt nicht mehr zusammen. Abgesehen davon, dass sie sich auch vollkommen aus den Zahlungen für das gemeinsam gekaufte Haus zurückgezogen hat. Also zahlt da gar nichts mehr ein, obwohl das Haus genauso auch in ihrem Namen ist. Und erst jetzt vor einem Monat nach, keine Ahnung, nach einem halben Jahr kam er so langsam auf die Idee, das ganze letzte halbe Jahr hat er einfach dann doppelt so viel gezahlt, weil er gedacht hat, ja gut, ist einfach so und ja, irgendwie einfach gemacht. Hat er ihren Teil mitbezahlt und jetzt erst seit einem Monat ist er dahinter gekommen so, nee, da müssen wir was dran ändern, das ist nicht fair. Das ist nur eine Sache der Geschichte. Hier ist die zweite Sache, was mich echt traurig gemacht hat. Ich habe mich heute mit ihm unterhalten, dass diese Frau sich auch so gut wie gar nicht am Leben der Kleinen beteiligen will. Und die ist vielleicht einmal im Monat irgendwie in derselben Stadt, die arbeitet woanders. Dann kommt sie etwa einmal im Monat in dieselbe Stadt. Und dann hat er heute gesagt, ja und wenn sie dann da ist, dann ist aber auch nicht garantiert, dass sie sich meldet, dass sie Zeit verbringen will mit der Kleinen. Er ist also alleinerziehender Vater. So, das ist die Tatsache. Und das ist ganz schön krass. Ganz schön krass. Was hat dazu geführt, dass er in so eine Situation gekommen ist? Er hat selber gesagt, ja, ich habe sieben Jahre lang die Augen verschlossen. Sieben Jahre lang einfach nicht die Probleme wahrnehmen wollen. Das ist wahrscheinlich schon länger angefangen, weil die haben sich auch schon davor gekannt. Und da hat er die Probleme auch nicht sehen wollen, die bei ihr auftreten könnten. Aber das ist krass. Und das ist etwas, da haben wir gerade drüber geredet, Dominik. Das Muster, das der Frank dort erlebt hat und durchlebt, das ist ein ziemlich gängiges Muster, was wir immer wieder auch sehen. Bei Männern, die sich bewerben bei uns in der Charisma-Analyse, bei Männern, die bei uns im Coaching sind. Das sind gute Männer. Das sind Männer mit Herz. Und weil sie so hilfsbereit und fürsorglich sind, nehmen sie oft die Last der ganzen Welt auf sich. Und man, davon, ich konnte da sehr viel mit anfangen, mit der Geschichte von Frank. Weil es ist ein Muster von Emotionen vor sich herzuschieben, Gefühle vor sich herzuschieben. Was meine ich damit? Das Gefühl von Enttäuschung oder Wut, was du jetzt vielleicht erwartest, dass er fühlen sollte, bei so einer Ex-Partnerin enttäuscht zu sein, wütend zu sein auf sie. Ist doch klar, sie lässt die Kleine da im Stich und lässt ihn im Stich mit den Zahlungen für das Haus. Also, da sollten wir sauer sein, dürfen. Aber ist er nicht. Das erlaubt er sich nicht. Enttäuscht zu sein, erlaubt er sich nicht. Und ich kann das aus eigener Erfahrung, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich habe, wie manche von euch ja auch mitbekommen haben, als meine Mutter vor ein paar Jahren gestorben ist, ich habe da sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Und wir hatten nicht, da bin ich nicht der Einzige, ist kein Sonderfall, wir hatten nicht die blumigste Beziehung seit meiner Kindheit. Und ich habe da dran gearbeitet, dass wir eine engere Beziehung miteinander führen können. Gerade vor allem natürlich in den letzten Monaten ihres Lebens, wo ich dann nochmal mich um sie gekümmert habe. Ja, ich erinnere mich noch sehr genau daran, wenn ich gerade mal da einhaken darf. Also einfach, um das jetzt nochmal von meiner Perspektive für unsere Zuhörer mitzuteilen. Also du, Andi, du hast dich 24-7 wirklich dann für einige Monate wirklich um sie gekümmert, weil sie brauchte die Hilfe. Und das war schon, das ist außergewöhnlich. Ist es das? Ja, weiß ich nicht. Für uns, also für die Menschen, mit denen ich verkehre, dich, mich, keine Ahnung, so, dass der Begriff außergewöhnlich, der fällt da einfach, fällt da sonst nicht. Ich denke, das würden wahrscheinlich die meisten von euch genauso machen. Aber ja, das waren fünf Monate, fünf Monate, bevor sie dann gestorben ist. Und es war ein bewusster Prozess, mich auch mit meinen eigenen Emotionen zu beschäftigen. Und Enttäuschung, Wut, das habe ich mir lange nicht, ebenfalls nicht erlaubt. Das habe ich mir dann zurechtgerückt und habe gesagt, naja gut, sie wusste das nicht besser. Und deswegen hat sie mich so und so dann behandelt in meiner Kindheit. Das war ihre Art, Liebe zu zeigen. Sie hat mich nicht vernachlässigt oder sowas. Aber das war einfach, das war ihre Art, Liebe zu zeigen. Und ich bin einfach nicht in die Enttäuschung reingegangen oder in die Wut. Direkt in die Vergebung oder darin, ihre Sicht einzunehmen. Sie verstehen zu wollen. Und das ist natürlich eine Angewohnheit, die dir in Beziehungen auch sehr hilflich sein kann. Aber diese Angewohnheit, die hat halt auch ihre Schattenseiten. Und dann ist sie nicht mehr hilfreich. Und das ist dasselbe, was Frank gemacht hat. Weil er hat Enttäuschung gut einfach vor sich hergeschoben. Er hat quasi diesen Emotionsschritt übersprungen und ist direkt zu Verständnis gekommen. Und es ist ähnlich wie bei der Trauer. Es gibt ja diese verschiedenen Phasen des Trauerns. Erstmal Wut und Verleugnen und Verhandeln. So, nee, 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 aber was wäre, nee, Moment mal, das können wir doch noch irgendwie anders. Irgendwann dann Resignation und dann Akzeptanz. Und wenn wir halt eine dieser Phasen überspringen, dann integrieren wir das nicht in unseren Körper. Also das setzt sich dann ab. Das ist wie, dann hast du da eine Box voller Gefühlen, die du nie wirklich bearbeitet hast, die du nie wirklich dir erlaubt hast zu fühlen, die du nicht integriert hast. Und diese Box sitzt dann da und wird auch nicht so weggehen. Und wenn du eben, wie du gesagt hast gerade, Dominik, als wir uns unterhalten haben, so wie wir eine Sache machen, machen wir alles in unserem Leben. Wenn du dich so in dieser Beziehung verhältst, dann verhältst du dich wahrscheinlich auch so in anderen Beziehungen. Und vergibst super schnell, aber gehst nicht durch deine Emotionen durch. Oder siehst darüber hinweg und akzeptierst einfach, was auch immer, auch wenn dir jemand etwas in Leid zugefügt haben sollte. Und das heißt, diese Box mit Trauer, Wut, Enttäuschung, die wird immer größer. Immer größer, immer größer. Und du behandelst sie nicht. Und das verteilt sich in deinem Körper. Das ist super ungesund für dein System. Es ist ja auch nicht wirklich vergeben, was du dann da machst. Weil es ist dann, es ist einfach nur, sich nicht mit den Gefühlen beschäftigen. Und das ist halt nicht vergeben. Das ist Ignorieren. Und wenn uns jemand, also das Ganze funktioniert ja so. Wenn uns jemand Leid zufügt, dann, also wir können uns das so vorstellen wie damals so im Kindergarten. Wenn du so von den anderen Kindern irgendwie geschubst wurdest oder damals in der Schule oder so. Du wirst geschubst. Und wenn wir geschubst werden, so wenn das Kind geschubst wurde, was macht dann das Kind? Im besten Fall, es schlägt um sich. Wird wütend. Warum ist das der beste Fall? Weil unser Körper, also wenn wir geschubst werden, dann ist das ein körperliches Signal für Ohnmacht. Und das kennen wir auch auf emotionaler Ebene. Also irgendetwas passiert uns emotional, mental und so weiter. Und wir wollen es verarbeiten oder sind gerade dabei, das zu verarbeiten. Und also auf jeden Fall, wenn das gerade passiert, dann sind wir in einem Status von Ohnmacht. Und das mag unser Unterbewusstsein überhaupt nicht, ohnmächtig zu sein. Also keine Kontrolle zu haben, keine Macht, ohne Macht zu sein. Das heißt, die Go-To-Emotion, auf die wir dann zurückgreifen, ist Wut. Weil Wut die Emotion ist, die uns maximale Kontrolle aus dieser Perspektive wieder erlangt. Das heißt, wütend werden, um sich schlagen, ist das, was das Kind macht, was gerade geschubst wurde, um wieder Kontrolle zu erlangen. Kontrolle über die Situation, über den eigenen Körper zu erlangen. Und Wut ist halt schon auch dann wieder das Stichwort hier. Denn viele Männer, die ähnlich wie Frank, dass das ein Schicksal erlebt haben, die werden nicht gern wütend, weil sie das abtrainiert bekommen haben in der Kindheit. Oder weil sie irgendwie gesehen haben, dass Wut ist nicht gut. Mein Vater, der war immer so cholerisch und so weiter. Und meine Mutter mochte ihn dann nicht und deswegen darf ich jetzt auch nicht wütend sein. Das ist so sehr vereinfacht hier, was aufgebaut gerade damit, aber das ist oftmals, was da abgeht. Wir sind dann, in dieser Situation wollen wir dann nicht wütend werden, weil wir Wut als das Schlechtes sehen. Und dann sind wir in einer Situation, wie Frank zum Beispiel auch, wo sowas passiert, wo er dann einfach vernachlässigt wird mit seiner Tochter. Und anstatt wütend zu werden, sieht er Wut als das Schlechtes, überspringt den Schritt und ist dann entsprechend an einem Punkt, wo er direkt in die Anführungszeichen Vergebung geht, in die Verständnis geht. Und das ist auch ein guter Schritt. Da wollen wir hingehen. Wir wollen in die Vergebung, vergeben und vergessen gehen und in die eigene Kontrolle, in die eigene Power wieder rein. Nicht die Kontrolle, in die Power wieder rein. Aber wir müssen erst wütend werden. Das ist der Schritt der Heilung. Das ist so, wenn wir den überspringen, dann, wie du schon gesagt hast, wir integrieren das nicht richtig. Und es gibt dann auch, also in der Trauerarbeit zum Beispiel, gibt es einen Part, der nennt sich Blaming. Also vieles in der Psychologie, in der Trauerarbeit und auch entsprechend, also in der Psychologie sind halt neumodische Begriffe, die sind dann entsprechend englisch betitelt. Und das nennt sich dann Blaming. Blaming und jetzt ist denk, also Blaming, die Schuld geben, jemandem die Schuld geben. Und jetzt hören wir das, als jemand, dem etwas passiert ist und sind vielleicht schon ein wenig weiter in unserer Entwicklung und denken dann so, ja, aber ich will ja die Power bei mir, die Macht bei mir behalten. Wenn ich jemandem, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Warum soll ich jetzt jemandem die Schuld geben dafür, dass es passiert ist? Warum soll ich jetzt jemanden blamen? Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir jetzt nicht sagen, du bist schuld an meiner Misere, du bist schuld, dass es mir so schlecht geht, für einen kleinen Moment, dann wird das nicht bearbeitet in uns. Das ist dann dieser Schmerzkörper in uns, der einfach da weiter bleibt, der richtet sich dann ein, weil bloß nicht irgendwie in Konfrontation gehen, bloß nicht unangenehme Gefühle aushalten, bloß nicht mal durch einen Konflikt durchgehen und mal lernen, darüber hinaus zu wachsen, weil Gott verbiete, es könnte ja nach hinten losgehen, ich könnte ja dafür dann weniger Liebe erfahren, weniger Unterstützung, weniger Aufmerksamkeit erfahren in meinem Leben. Deswegen überspringe ich den Schritt und bin direkt einfach Liebe. Aber diese Liebe, dieses Vergeben ist einfach nicht ehrlich, das ist keine echte Vergebung und der Schritt ist dann entsprechend wütend zu werden. Wir müssen diesen Schritt eingehen. Ja, ich würde nicht so weit gehen oder so hart sein zu sagen, dass diese Vergebung nicht ehrlich ist, aber sie kann eben nicht authentisch gefühlt werden, weil der vorherige Schritt noch nicht integriert wurde. Ja, ich habe da auch mit meiner Partnerin vor ein paar Tagen erst gesprochen, weil wir sind im Auto gefahren und wir waren auf der Autobahn und das ist total vergleichbar, weil auf der Autobahn waren wir, wir waren auf der Hauptstraße, also auf der Autobahn, aber dann kam da eine Auffahrt, wo jemand reinfahren wollte. Und meine Partnerin ist dann, als sie den gesehen hat, der auf der Auffahrt, weil sie auf die Autobahn kommen wollte, der so fast auf unserer Höhe war, ist sie dann von 110 runter auf 65 kmh gegangen. Das ist gefährlich. Da habe ich gesagt, was machst du da, mach das nicht. Und sie so, ja, der kam auf einmal und sie wollte ihn vorlassen. Und sie hat gesagt, ich weiß, da haben wir schon öfters drüber geredet, dass sie das nicht hätte machen sollen, aber es war halt so ein Reflex. Warum war das gefährlich? Es war gefährlich, weil sie wollte ihm nichts abschneiden, weißt du. Also sie wollte freundlich sein, es war wahrscheinlich auch ein Schreck, aber sie hat da an den anderen gedacht. Und das ist ja grundsätzlich für Menschen mit Herz eine tolle Eigenschaft, aber gerade im Straßenverkehr, da ist es oft nicht gut, freundlich zu sein, sondern da ist es besser, vorhersehbar zu sein. Weil freundlich kann halt Unfälle verursachen, wenn du von 110 auf einmal runter auf 65 gehst und du hast einen Auffahrer hinter dir, bumm, Kollision von hinten. Wohingegen, wenn du vorhersehbar bist und der Auffahrer, also derjenige, der die Autobahnauffahrt gerade nimmt und auf die Autobahn rauf will, der weiß ja, dass er sich einfädeln muss, dass er nicht die Vorfahrt hat. Das heißt, die Leute, die an ihm vorbeizischen, das ist nicht nur ihr Recht, das ist gut so. Da kann er sich auf das System verlassen. Er kann sich auf das System einlassen. Das ist vorhersehbar und dann fädelt er sich einfach hinter diesen Fahrern ein. Er hätte sich hinter uns einfädeln können. Und das ist gesünder für den gesamten Organismus, gesünder für den gesamten Straßenverkehr, weniger Unfälle, wenn du vorhersehbar bist. Und das ist eben genau dasselbe mit den Gefühlen. Die Gefühle müssen erlebt werden, die da kommen. Es gibt Sicherheit für deinen Organismus. Dadurch ist er vorhersehbar und es ist einfach gesünder für dich. Wenn du versuchst, etwas zu überspringen und direkt in die Freundlichkeit oder in die Vergebung oder in die Liebe zu gehen, ohne dir zu erlauben, irgendeines der in Anführungsstrichen negativen Gefühle, auch das Label negativ, ist vielleicht dann gar nicht so gut, ohne das fühlen zu wollen, fühlen zu dürfen, dann tust du dir selber einfach keinen Gefallen. Und ich habe da selber lange Probleme mit gehabt und mit Sicherheit immer noch. Das ist jetzt nichts, wo ich aus meiner Weisheit heraus sagen kann, das habe ich alles gelöst. Aber es ist ein Thema, das bei Menschen wie uns immer wieder, was ich auch immer wieder beobachte. Und es ist wichtig, das anzugehen. Es hat auch weitreichendere Folgen. Das ist ja nicht nur in der Bewältigung von Trauer oder in der Bewältigung von deinen missglückten Beziehungen hat das negative Folgen, sondern das hat auch negative Folgen, wenn du versuchst, Beziehungen aufzubauen. Also auch eine Frau, an der du Interesse hast. So entsteht die Friendzone. Weißt du, du denkst dir, die Zeit wird das schon richten. Da haben wir vorhin drüber geredet. Vielleicht reden wir erstmal darüber, Dominik, über diesen Irrglauben. Die Zeit wird das schon richten. Ja, also willst du da reinspringen? Ich meine damit den Punkt, dass viele ja glauben, okay, ich muss einfach nur Zeit vergehen lassen. So werde ich heilen. Wohingegen das eigentlich gar nicht stimmt. Sie haben das Problem nur vor sich her geschoben. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort an der Stelle. Wir haben das ja auch oft in den Charismanalysen. Da kommen die Männer, die haben dann zum Beispiel jetzt gerade auch eine Beziehung hinter sich, eine Ehe hinter sich. Und diese Ehe ist so zwischen zwei bis sechs Monaten vergangen. Und dann stellen sie fest, also sie wollen dann erst starten. Und dann stellen sie aber fest, so in einem zweiten Gespräch oder so, stellen sie dann fest, ich bin doch noch nicht so weit. Ich bin doch noch nicht so weit, wie ich dachte. Sie haben es noch nicht überwunden. Sie haben noch nicht den Schmerz überwunden. Genau, überwunden und sie tragen den noch mit sich her, weil sie, also sie hatten dann vorher mal einen guten Moment und haben sich dann beworben und so weiter. Und dann aber hat sie der Schmerz wieder eingeholt und so weiter. Und glauben dann, sie müssen aber dann noch mehr Zeit vergehen lassen. Und das ist so eine Illusion. Also wir alle hatten schon mal eine Beziehung, also alle natürlich nicht, auch viele unserer Zuhörer hatten jetzt noch keine Beziehung so, aber viele von uns hatten eine Beziehung, sagen wir so, die in einer schweren Trennung geendet ist. Warum ist sie schwer gewesen? Weil wir mit unserem Ego irgendetwas da hinein projiziert haben, was nicht sein sollte und wir haben nicht gelernt, weniger festzuhalten und mehr loszulassen an einer gewissen Vorstellung. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, für eine Episode, die wir schon mal aufgenommen haben und eine, die wir in Zukunft noch aufnehmen werden. Aber das Thema Zeit und Heilung ist nicht so unmittelbar miteinander verbunden und auch irgendwie die generell Zeit mit jemandem oder abseits von jemandem zu verbringen. Denn wenn wir heilen wollen, dann können wir das am besten machen in einer liebevollen Umgebung. Und wir glauben dann oft einfach auf der anderen Seite, ich muss erst Zeit vergehen lassen, ich muss erst Gras über die Sache wachsen und das ist genau das, was wir tun. Wir lassen Gras über eine Wunde wachsen und denken dann, weil wir nicht mehr so intensiv an jemanden denken, an unsere Verflossene denken, dass dann die Wunde verheilt ist, dass das Thema, was uns Schmerz verursacht hat, verheilt ist. Aber ist es nicht, es ist halt einfach nur Gras über die Sache gewachsen. Es ist im Prinzip so, du hast einen Beinbruch und gehst halt nicht zum Arzt, lässt es nicht behandeln, sondern lässt einfach nur die Wunde zuwachsen, die du dir zugezogen hast, die oberflächlich da ist. Das Bein ist halt immer noch gebrochen oder scheiße zusammengewachsen. Was wir tun müssen, ist das Ganze zu behandeln. Wir müssen an die Wurzel gehen. Warum hat das in erster Linie überhaupt zu dieser Trennung geführt? Warum hast du in erster Linie überhaupt diesen Schmerz? Warum hast du in erster Linie überhaupt dieses Problem? Und wenn du das nicht behandelst, dann kannst du so viel Zeit vergehen lassen, dann kannst du so viel Gras über die Sache wachsen lassen. Es wird in absehbarer Zeit genau das Gleiche in einer anderen Farbe wieder passieren. Mit einer anderen Frau. Aber es wird das gleiche Problem sein. Ihr werdet an der gleichen Stelle Streit haben. Ihr werdet euch wegen der gleichen Sache trennen. Ihr werdet einfach nur eine andere Farbe haben, die Sache. Sodass es für dich mit bloßem Auge nicht in erster Linie erkennbar ist. Nicht in erster Linie das Muster erkennbar ist. Wir erkennen das Muster bei euch. Weil wir euch schon seit über zehn Jahren, seit zwölf Jahren jeden Tag dabei helfen, das Leben zu leben mit Frauen, das ihr gerne haben möchtet. Deswegen kennen wir eure Schmerzen. Deswegen kennen wir deine Schmerzen und deine Probleme. Und wenn wir halt aber nicht wissen, was das Problem ist und halt nicht das Muster erkennen, dann ist halt so die Zeit vergehen lassen, mal sich auf was anderes zu konzentrieren, ist einfach nicht die Lösung. Die Lösung ist, an die Wurzel gehen. Absolut, absolut. Und da sind wir auch dann im Vorfeld, bevor wir den Podcast jetzt gestartet haben, die Episode, auch auf genau das gekommen, was wir schon angesprochen haben. Wie du eine Sache im Leben machst, so machst du alles im Leben. Wenn du Gras über die Sache wachsen lassen möchtest und erstmal Zeit vergehen lassen möchtest, dann wirst du das auch in anderen Bereichen machen. Wenn du Zeit vergehen lassen möchtest, bis du wieder dann auf Frauen zugehst, dann kann ich dir mit 100%iger Gewissheit sagen, dass du das auch im Beruf machst. Dass du dich nicht traust, irgendwie nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Oder dass du dich nicht an deinem Wort hältst, jetzt fitter zu werden, sich gesünder zu ernähren. 100%ig. Du wirst das vielleicht eine Zeit lang machen, aber dann wieder einknicken. Wie du eine Sache im Leben machst, so machst du alles. Das heißt, fang doch mal an, mit einer Sache dieses Muster zu durchbrechen. Wir müssen die Sache an der Wurzel anpacken und ändern. Die Leute glauben oft irgendwie, okay, ich will einen schöneren Baum haben mit geileren Früchten dran, mit geileren Beeren oder Äpfeln oder was auch immer dran. Und dann versuchen sie an dem Baum herumzuschneiden und irgendwie den Baum schöner zu machen. Aber wenn ich halt so erstmal nicht einen Apfelbaum sähe, dann kann ich auch keine Äpfel ernten. Und vor allem, wenn die Wurzeln nicht behandelt werden, das Unsichtbare behandelt wird, dann brauche ich mich nicht wundern, dass das Sichtbare. doofe Resultate sind. Ja, ja. Und hier ist das Verrückte, weil die Männer, die das jetzt hören und dann, sagen wir mal, die Podcast-Folge ausmachen, beziehungsweise nicht Coaching machen, wo wir nicht in diese Details reingehen können, weil jeder Fall ist individuell. Und ich möchte mal ein Beispiel geben von so einem individuellen Fall, wo du jetzt, du hast das vielleicht jetzt wahrgenommen und du denkst dir, alles klar, okay, das ist ein guter Punkt. Ich darf meine Emotionen bearbeiten und dort auch in diese Gefühle reingehen. Das heißt, ich bin vielleicht noch nicht bereit dazu, Frauen kennenzulernen. Ich muss erstmal meine Emotionen bearbeiten. Hört sich logisch an, kann logisch sein, kann Sinn machen bei dem einen oder anderen. Aber hier ist die Sache, womit sollten wir jetzt anfangen? Was ist der nächste Schritt, um ein Leben zu leben, das du leben möchtest? Wo die Frauen in deinem Leben sind, die du gerne hättest, beziehungsweise die tolle Partnerin dabei ist, die du gerne hättest. Wo ist die richtige Frau, die du gerne an deiner Seite hättest? Um die zu bekommen, ist es nicht immer sinnvoll, jetzt direkt deine Emotionen bearbeiten zu wollen. Ich erkläre dir das auch, warum. Warum ist das so? Du musst das machen, was sich tendenziell unangenehm anfühlt. Da, wo die Angst ist, ist der Weg. Weg, das ist der Kompass, der in die Richtung zeigt, in die du gehen musst, um zu wachsen. Und für die einen ist das vielleicht jetzt gerade genau das. Es ist, Mann, ich habe meine Trauer nicht bewältigt. Trauer über die vergangene Beziehung. Da haben wir auch immer wieder im Live-Coaching, haben wir da immer wieder Männer gehabt. Ich erinnere mich an den einen, der gesagt hat, ja, wie lerne ich denn jetzt die richtigen Frauen kennen? Und er hatte diese Fragen, aber das waren vorgeschobene Fragen, weil alles, worüber wir geredet haben, war seine Trauer zu seiner Ex-Freundin. Und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, es hört sich so an, als ob wir jetzt noch nicht darüber reden sollten, wie du die nächste Frau kennenlernst. Weil du hast, glaube ich, deine frühere Beziehung einfach noch nicht überwunden. Und das darfst du erst mal überwinden. Und davor macht es jetzt keinen Sinn, irgendwie Coaching zu beginnen mit uns, wie du Frauen kennenlernst. So, manchmal macht das Sinn. Aber oft ist das auch die Ausrede, nichts zu tun. Und da kann ich dir auch konkrete Beispiele geben von Männern, die sagen, die kommen ins Coaching und sie sagen, ich bin bereit. Die letzte Trennung, die liegt 12, 18 Monate her. Und die sagen, ich bin bereit. Es darf losgehen. Und die legen los. Erste drei Wochen geben sie Gas. Wow, krasse neue Erfahrungen. Frauen fangen an, sie zu begrüßen auf der Straße. Sie bekommen Nummern von Frauen. Und wow, krass, auf einmal läuft das Chatten, aber dann stoßen sie irgendwann an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Und sie haben das Gefühl, oje, 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 mit mir stimmt etwas nicht. Und sie stürzen sich in Mindset-Arbeit, Selbstbewusstseinsarbeit. Ist auch alles legitim. Aber dann sagen sie den Satz, ja, ich muss erst mal in meinen Gefühlen für Ordnung sorgen, bevor ich weitergehen kann. Das hat sonst keinen Sinn. Und dann hören wir wochenlang, wie sie stagnieren und wie sie sich nicht vorwärts bewegen. Und wir merken das. Das haben wir vor Jahren schon gemerkt. Und deswegen wissen wir, wenn wir das merken, wie wir sie davor warnen und sie wieder auf den richtigen Pfad bringen. Denn sie ignorieren das, was sie tun müssten, wo der Schmerz ist, wo es unangenehm ist. Und in diesen Fällen ist oftmals eben das Handeln das Unangenehme. Nicht das Bewältigen der Gefühle, sondern mutig sein, tatsächlich einen Schritt vorwärts gehen, zu seinen Gefühlen stehen, Nein sagen, Grenzen aufzeigen, seine Bedürfnisse ausleben. Und das ist nicht dasselbe, wie seine Gefühle zu integrieren. Und da will ich dich einfach warnen vor dieser Ausrede, in Stagnation zu verfallen, weil du denkst, ah, sehr gut, ich muss mich erstmal um meine innere Welt kümmern. Das stimmt. Das stimmt in vielen Fällen, aber nicht in allen Fällen und auch nicht zu jedem Zeitpunkt. Und was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, dass du dann denkst, ich bin noch nicht gut genug. Ich muss noch so viel in mir selber fixen, bevor ich mich an Frauen wieder wagen kann. Das stimmt einfach nicht. Du darfst dich auch jetzt schon an Frauen anwagen und du darfst auch jetzt schon anfangen, wunderschöne Abenteuer zu schreiben, romantische Kapitel in deinem Buch des Lebens zu schreiben, an die du dich dein Leben lang erinnerst. Und darunter wird vielleicht auch die richtige jetzt schon sein, die du jetzt schon erobern darfst. Das Problem ist, wenn du sagst, ich bin noch nicht gut genug, ich muss erst an mir arbeiten, dass das dann zur Gewohnheit wird, dass du von dir selber denkst, ich bin de facto nie gut genug. Und damit haben wir ein komplett neues Problem erschaffen, das einfach nicht gut für dich ist. Du bist jetzt schon gut genug, aber integriere die Gefühle, die du vielleicht vernachlässigt hast. Und das machen wir, während wir an dem Leben teilnehmen, während wir das Leben geschehen lassen. Wir müssen nicht das Leben auf Pause drücken und unsere Entwicklung auf Pause drücken und das Frauen kennenlernen, auf Pause drücken, um uns um uns selber zu kümmern, sondern das geht gleichzeitig. Das ist dasselbe wie, oh je. Das ist das Einzige, was funktioniert. Ganz kurz noch, genau, das ist so, als hätte dann meine Partnerin auf der Autobahn gesagt, oh je, ich habe diesen Fehler gemacht, ich bin von 110 auf 65 kmh runtergegangen. Und dann sagen, Mist, das sollte ich nicht mehr machen, also bleibe ich einfach auf der Straße stehen und regele das erstmal in mir, in meinem Inneren, dass ich das nicht mehr machen werde. Das ist was für ein Schwachsinn. Nein, keep the water flowing. Fahr weiter und während du weiterfährst, um an dein Ziel zu gelangen, integrierst du das gleichzeitig, indem du dir dessen bewusst bist, dass du diese Emotionen integrieren darfst. Das sind Dinge, die gleichzeitig geschehen. Ja, Dominik. Ja, genau, also gut, dass du es nochmal gesagt hast, wie heilen wir denn? Also wir heilen halt nicht, indem wir uns einfach abschotten von der Welt und dann uns auf unsere Gefühle konzentrieren und da eine Stunde lang reinmeditieren. Meditieren ist gut und so weiter, alles gut. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber wenn wir das als Fluchtmechanismus vor dem Eigentlichen tun, dann ist das nicht der richtige Weg. Das ist halt eine Flucht. Und genauso halt so, wie jetzt wir dann uns nach innen ziehen, 100%ig und erstmal daran arbeiten, genauso wie wenn du gerade heilen müsstest, musst, komplett ins Außen zu gehen, 100% und die nächsten Frauen kennenlernen zu wollen, ist halt auch nicht der richtige Weg. Was ist die goldene Mitte des Ganzen? Am Leben teilzunehmen, mit Menschen zu flirten, Leichtigkeit zu versprühen, Liebe zu versprühen, einfach der sozialer Mensch zu sein, neue Freundschaften aufzubauen, was zu machen, was gut für dich, für deinen Körper ist, was sich gut anfühlt. Wo du einfach das Gefühl hast, ich komme immer mehr in meine Mitte, ich bin immer mehr geerdet und jetzt springt hier gerade jemand vor mir in den Pool, während ich das gerade sage. Vielleicht haben wir das auf dem Ton. Und der hat das so ernst genommen, er hat gesagt, ich muss mich erden, zack, und springt ins Wasser rein. Er will halt volle Kanne sich erden. Im Wasser, natürlich. Er hat es halt vollkommen falsch verstanden. Erden, alles klar, ins Wasser. Jedenfalls ist das auch genau dieselbe Handlung, die du automatisiert durchläufst, wenn du denkst, okay, da ist eine Frau, die mir gefällt und wie sollte ich jetzt ihr näher kommen? Naja, ich muss erst mal Zeit vergehen lassen. Also lerne ich sie kennen und werde erst mal befreundet mit ihr. Und dann dürfen wir erst mal Monate ins Land ziehen, bis ich sie irgendwann von mir überzeugen kann, beziehungsweise bis sie dann irgendwann mal meine ganzen Qualitäten merkt und mir dann Anzeichen zeigt, dass sie auch an mehr als nur Freundschaft interessiert ist. Das funktioniert so nicht. Du lebst vor dich hin, aber integrierst nicht die Gefühle, die wirklich wichtig sind, die wirklich da sind, nämlich, dass du Interesse an dieser Frau hast, die verleugnest du und sagst, nein, nein, ja, ich habe zwar Interesse, aber ich bin schon weiter als das. Ich mag sie, ich muss jetzt nicht auf sie stehen oder beziehungsweise ihr mein sexuelles Interesse zeigen. Nö, das kommt dann irgendwann später. Diese Männer, die vermischen die Reihenfolge von Verführung, die vermischen die Reihenfolge von Kennenlernen und wie sich Liebe entwickelt. Und weil sie das vermischen, weil sie nicht zu ihren Bedürfnissen stehen, weil sie nicht flirten, weil sie nicht eine sexuelle Ebene mit dieser Frau aufbauen, bevor sie in die Freundschaft gehen, weil sie das überspringen und direkt Freunde werden und die Frau dann dementsprechend auch denkt, okay, wir sind nur Freunde. Er hat kein sexuelles Interesse. Friendzone. Und weil du diese Elemente einfach vertauschst und denkst, das eine kommt dann, das sexuelle Interesse kommt dann erst später, sitzt du dann in der Bredouille. Und wenn du ganz ins Extrem gehen willst, haben wir auch immer wieder Männer, die sich zu uns melden in der Charisma-Analyse, im Live-Coaching, die halt sagen, ja, wie sollte ich das machen, meine Arbeitskollegin und mit dieser einen Frau. Ich war vor zwei Jahren mit ihr auf ein paar Dates, haben uns online kennengelernt. Seitdem, ja, wir sind irgendwie befreundet, aber da passiert nichts, soll ich ihr meine Liebe gestehen? Ich muss ein Gespräch mit ihr führen irgendwie. Ich muss ihr jetzt mal diese Emotionen mitteilen. Und das heißt, da gehen sie wieder von der Reihenfolge her, denken sie, okay, erst mal Freundschaft und dann irgendwann gebe ich ihr diese Mega-Last auf die Schultern, diese Erwartungshaltung, hey, ich war die ganze Zeit eigentlich nicht mit dir nur befreundet, ich habe mehr von dir gewollt, ich habe Gefühle für dich. Und auf einmal muss die Frau jetzt damit zurechtkommen mit diesem neuen Berg an Informationen und Erwartungshaltung. Das ist unfair, das ist unangenehm für die Frau und es ist auch nicht fair gegenüber deiner Erwartungshaltung, wie du eine Frau kennenlernen solltest, weil es funktioniert nun mal andersrum. Zuerst ist das Flirten, zuerst ist die Anziehung da, dann kommt die Freundschaft und aus der Freundschaft entwickelt sich dadurch dann auch eine Beziehung. Aber wenn du zuerst das eine willst und deine Gefühle leugnest, dann hast du ein Riesenproblem. Deswegen ist es so wichtig, dass du von Anfang an flirtest, dass du von Anfang an weißt, wie Flirten funktioniert, wie Anziehung aufgebaut wird, sodass du auch in emotionaler Unabhängigkeit Frauen kennenlernst und nicht diese ganzen Friendzone, Freundschaftsschubladensituationen die ganze Zeit immer wieder hast. Das lässt sich beibringen, das kannst du lernen, das habe ich genauso gelernt. Ich war der größte Romantiker und habe Frauen ständig gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe, bis ich dann irgendwann mal so hart auf die Schnauze gefallen bin bei der x-ten Frau, die gesagt hat, nee, wir werden nur Freunde, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, irgendwas stimmt an diesem Glauben nicht, den ich habe, dass es zuerst überromantisch sein muss oder zuerst freundschaftlich. Wie entsteht denn überhaupt Liebe? Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und das ist vor über zehn Jahren gewesen, bevor ich Coach geworden bin, als ich das Ganze dann gelernt habe. Das kannst du auch lernen. Das kann jeder hier lernen. Und das Geile ist, dazu musst du nicht zuerst dich um deine Emotionen oder deine innere Welt kümmern und ganz viel meditieren oder ganz viel Persönlichkeitsentwicklung machen, sondern es geht beides gleichzeitig. Gleichzeitig lernst du flirten, lernst du Leichtigkeit und du kommst Frauen organisch näher. Darunter werden Erfahrungen sein, tolle Erfahrungen, schöne, intime Erfahrungen. Und gleichzeitig wächst du als Mann in deinem Selbstbewusstsein und in deinem Charisma und in deiner emotionalen Gesundheit, weil du Dinge auch integrierst, Grenzen aufzeigst, Nein sagen kannst, dazu stehen kannst, wenn du was willst, wie zum Beispiel diese Gehaltserhöhung oder was auch immer es ist. Und du kannst dort gleichzeitig dich nach vorne bewegen. Und am besten machst du das natürlich, indem du das von einer Person oder mehreren Menschen, die um dich herum sind, abguckst. Weil diese Menschen, die um dich herum sind, die leben das dir vor. So wie wir auch schon mal gesagt haben, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja, das haben wir nicht erfunden, diesen Spruch. Das ist allgemein bekannt. Und die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, sind meistens die Menschen, die dich nicht inspirieren, zu wachsen. Sondern es sind die, die dir halt durch deine Umgebung irgendwie vorgesetzt wurden. Arbeitskollegen, alte Schulfreunde. Das sind alles Freundschaften, Bekanntschaften, die du halt irgendwie bekommen hast, weil die Umstände sich so ergeben haben. Aber dich mit Menschen zu umgeben, die dasselbe Ziel verfolgen, wie du. Wachstum, die richtige zu finden, an sich zu arbeiten, neue Freundschaften zu gründen, aus denen dann tolle, coole Bekanntschaften und Freundschaften und Beziehungen werden können. Mein Lieber, dazu musst du dich auf die Suche begeben. Dazu musst du vorwärts gehen, musst du mutig sein, musst du Schritte gehen. Und das Tolle ist, wir haben jetzt Januar und am 19.20.21 findet wieder die Flirtmasterclass live statt. Das heißt, das Event, bei dem unsere Teilnehmer in der Flirtmasterclass alle zusammenkommen, uns kennenlernen, Coaches kennenlernen, wir lernen die Teilnehmer kennen, ist ein sehr geiler, intimer Rahmen, in dem wir gemeinsam Challenges machen, in dem sie auch Erfahrungen mit Frauen machen, in dem sie sich selber besser kennenlernen. Dominik wird mit dabei sein, sie können uns Fragen stellen. Das ist einfach eine mega, mega geile Gelegenheit, wo auch oft komplett krasse Erlebnisse kommen. Ich kann mich erinnern, als der Paul vor neun Monaten auf der FMC Live gesagt hat, ich habe zuvor noch nie in meinem Leben mit einer fremden Frau gesprochen und hier habe ich es direkt gemacht und habe auch direkt ihre Nummer bekommen. Also so verrückte Sachen, wo du denkst, das kann doch nicht sein, du übertreibst doch Andi. Nee, ich übertreibe nicht. Das ist passiert. Das ist auf der FMC Live passiert. An dem Samstagabend, wo sie danach noch feiern gegangen sind. Verrückte Sachen sind dann möglich. Da sind auch viel mehr krasse Sachen passiert. Und das ist eigentlich ein Event nur für die Männer, die bei uns im Coaching sind, in der Flirt Masterclass und in der Seduction Mastery. Wir haben aber ein gewisses Kontingent auch für die Männer, die noch nicht bei uns im Coaching sind, die sich das Ganze mal in Person angucken wollen, die vor allem auch gedacht haben, dass sie nur in Person Coaching haben wollen, aus irgendeinem verrückten Grund, weil sie irgendwie denken, so ist Hitch der Date-Doktor im Film abgelaufen. Also ist doch gutes Dating-Coaching auch so, dass man in Person gecoacht wird. In Wahrheit ist das natürlich nur ein Teil, denn dann müsstest du diesen Hitch der Date-Doktor quasi immer bei dir haben, denn du wirst dich nicht entwickeln an einem Wochenende. Du wirst dich entwickeln durch kontinuierliches Arbeiten an deiner Persönlichkeit und indem du dich Dinge traust und du da einen Leitfaden hast, an dem du dich vorwärts bewegen kannst. Deswegen ist gerade die Kombination aus Online-Coaching und In-Personen-Coaching beides, sodass du auch über einen gewissen Zeitraum, über drei Monate, sechs Monate dich vorwärts bewegen kannst, neue Dinge lernen kannst, feedbacken kannst, quasi deinen Coach in deiner Hosentasche haben kannst, wie wir. Das ist wichtig, diese Kombination. Aber jedenfalls, wenn du dir erstmal das In-Personen-Live einmal anschauen willst, mitmachen willst, eine richtig geile, lustige Zeit erleben willst, dann hol dir eins von diesen limitierten Tickets, die wir noch haben für die FMC Live vom 19. bis zum 21. Januar. Geh dazu einfach auf andyfriday.de slash live. Den Link haben wir dir auch in die Beschreibung gepackt. Und hol dir dort dein Ticket. Ich würde mich freuen, dich dort kennenzulernen, in Person mal mit dir zu quatschen und natürlich auch dich in deiner Reise dann zu begleiten an diesem Wochenende. Und wenn du möchtest, dann können wir mal schauen, ob du noch länger mit uns zusammenarbeiten willst. Aber ein Schritt nach dem anderen. Schau dir erstmal die Seite an, geh da drauf, da werden ein paar Eindrücke sein von der FMC Live. Und wenn du noch nicht mit uns gesprochen hast und du noch keine kostenlose Charisma-Analyse bekommen hast, über die wir heute auch schon mehrmals gesprochen haben, dann hol dir dieses Gespräch, die kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse, wo wir deinen Flirt-Typ analysieren und dir eine Einschätzung deines Charisma-Potenzials mitgeben, wo wir genau anschauen, welche Erfahrungen du mit Frauen schon gemacht hast, wo vielleicht Fallstricke sind, die du in deiner Situation, in deinem Alltag jetzt schon verändern kannst, dann geh auf www.flirtanalyse.de. Den Link findest du ebenfalls in der Beschreibung. Das ist das kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse-Gespräch. So, was für ein Worthaspler. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, ich habe jetzt gleich noch einen weiteren Call. Meine Lieben, ihr kennt den Drill. Wir hatten es heute auch schon wieder vom Autofahren. Dominik, das heißt, was sagen wir jetzt? Sagt das auch deiner Freundin. Fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig. Das ist das Verlöpte. 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 Bis zum nächsten Mal.